Der CarGliner ist ein passgeformter digital entworfener Schutz für den Lade- und Kofferraum für die meisten SUV-Geländewagen und Crossovers. Viele unserer CarGliner berücksichtigen spezifische Fahrzeugeigenschaften wie zum Beispiel eine Drei-Sitz-Reihen-Ausstattung unniedriger gesetzte Ladeflächen. Sie verfügen über einen höheren Rand, um Schmutz, Öl und Fett vom Ladeflächeninnenraum fernzuhalten und sind mit einer strukturierten rutschfesten Oberfläche ausgestattet, die das Verrutschen verhindert. Sie sind einfach zu handhaben und einzurbahnen und werden aufgerollt im Karton versandt. CarGliners sind thermo geformt, Umformung thermoplastischer Kunststoffe und bestehen aus einem urheberrechtlich geschützten thermoplastischen Elastomer-Kunststoff. Sie sind erhältlich in den Farben schwarz, hellbraun oder grau für SUV, Geländewagen, Crossover und Minibusse und in schwarz für PKWs. Untertitelung des ZDF, 2020